Ich weiß nicht, ob du Cornhole kennst? Nein, ich kenne ihn nicht. Das ist eine aufstrebende Sportart. Drei Punkte, wenn du triffst. Ein Punkt, wenn du auf dem Brett liegen bleibst. Hast du Kinder? Ja, Zwillinge. Zwillinge? Geil. Zwillinge. Du auch? 4,5-jährigen Sohn und 2-monatige Tochter. Glückwunsch erstmal. Danke. Ist es bei dir auch so, dass du in deinem Gästezimmer schlafen darfst? Wir schlafen unterschiedlich in verschiedenen Etappen. So, meistens wie beim Kegeln oder mach ich? Ja, wie du. Ich mach bei mir wie beim Kegeln. Aha, verstehe. Scheiße. 3-Points. So macht ihr, oder? Macht ihr immer so? Ich mach so. Alter! Ah, scheiße. Fuck. Wir müssen aufpassen, was wir hier... 4. 4. Ich brauch noch einen Sack, oder? Nee, nee, nee. Was? Du hast 4. Jeder hat 4. Hast du schon 4? Nee, ich hab noch einen. Ja, stimmt. Ich hab ja angefangen. Sorry. Oh, Druck, Druck, Druck! Nein, feist zu kurz. Zum Punkt kommen. Zum Punkt? Okay. Dann fang ich an, oder? Ja. Eier! Scheiße. Wir kommen nicht zum Punkt. Doch, doch. Jetzt? Nee. Eieiei. Ja. Jo. Dieses Spiel hat Potenzial. Mann. Toll. Wieder mit Blau anwachen. Du? Nein. Ja. 1-0. Da wir keine Profis sind, würd ich sagen, wer als erstes 3 hat, oder? Ja, mach so. Also, wenn du noch Zeit hast. Ich hab noch Zeit. Was deine Zeit sagt. Solange ich 14-0 die Zwillinge abholen kann von der Kita. So, jetzt sind wir drin. Ja, du hast gesagt. So, jetzt sind wir drin. Sind wir drin. Jo, direkt. 5. 5. 5. 5. 5. Nein, Scheiße. Zu kurz. 6. 4. Für die Win. Nein. Du fängst. Okay. Ey, komm, einen Punkt musst du dir holen. Du bist zu Hause. Zu Hause. Die Fans rufen nach dir. Ah, bei den Füchsen wollten wir auch gehen, aber hat's auch nie geklappt. Dann würde ich dich einladen zur Olympiahalle. In München. Länderspiel. Aber ihr spielt nicht in München, hab ich gehört. Ja, die Deutschen spielen nicht, aber dein hier kroatischer Kollege. Mit kroatischen Mitbürger. Aber ist ja eh so bei uns. Wir sind ja halb Balkan, deswegen. Ja, montags ist Kroatien gegen Mazedonien. Oh, das ist geil, weil da gibt's echt Zweikampffight. So, jetzt. Aber das ist ja die wichtigere Challenge, um die mal zu beenden. Scheiße. Yes. Komm schon. Nein, was ist denn los? Was ist denn los? Das ist wie beim Basketball. Ich schieß kein Airball, Alex. Was kostet das bei euch? Ein Airball? Ja. Gar nichts. Was kostet nichts? Wir machen nur so, dass wenn wir 100 Punkte scoren sollten, dann gibt's beim nächsten Training Donuts. Okay. Nein. Oh, da kriegt er noch einen. Danilo steht schon 2-0. Ey. Nicht gut, oder? Nicht gut, ey. Jetzt weiß ich, wie es bei Stefan Schlag dem Raab immer so ist. Ich denke, es ist immer so leicht. Achtung. Entscheidung. Wenn er drin ist. Das ist ein bisschen. Ach, shit. Oh, fuck. Yep. Oh! Drei, zwei. Jetzt durch. 3-0. Ach, die Kamera ist doch drin. Hey, hey. Sag mal was. War ich cool? Äh. War ich cool? Äh. Und jetzt weg. Ach, vorst du entweder? Ach, das macht ihr